Herzlich Willkommen zum MOOC e-Studie, Erfolgreich studieren mit dem Internet. Mein Name ist Carsten Wolf, ich bin Professor für didaktische Gestaltung multimedialer Lernumgebung an der Universität Bremen. In diesem MOOC werden Sie folgendes lernen. Lernstrategien für Ihr Studium, die Nutzung von Internet-Tools, um Sie beim Lernen zu unterstützen und Sie werden in zwei kleinen eigenen Lernprojekten eine Klausur vorbereiten oder eine Seminararbeit vorbereiten. Dies alles im Kontext von einem MOOC, welches wir in zwei verschiedenen Versionen anbieten werden. Die eine Version, der sogenannte X-MOOC, ist instruktionsorientiert, basiert auf Instruktionsvideos, kurzen Wiederholungen, Vertiefungen im Netz und Peer-Feedbacks. Die zweite Form des MOOCs, ein sogenanntes X-MOOC, wird Sie zusammen mit anderen Personen vernetzen und Sie mit zum Autor machen. Welches von den beiden MOOCs Sie nutzen werden, bleibt Ihnen überlassen. Die Veranstaltung durchführen werden Thomas Bernhard und ich. Wir haben seit 2010 ein Online-Studienangebot unter demselben Namen angeboten, mittlerweile auch in Kooperation mit der Uni Paderborn. Bisher waren es ungefähr 100 bis 200 Personen. Jetzt möchten wir dieses Angebot skalieren und für jeden Bachelor-Studienanfänger in Deutschland eigentlich anbieten. Es ist sinnvoll, im Studienanfang sich damit zu beschäftigen, wie man effizient und effektiv lernt und welche Werkzeuge aus dem sogenannten Mitmach-Netz man dazu nutzen kann, um zum Beispiel sich in Lerngruppen zu organisieren, Literatur zu verwalten oder seinen eigenen Lernfortschritt festzuhalten. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns die Chance gebt, dieses MOOC zu realisieren. Bitte votet für uns auf MOOCfellowship.org, dem Wettbewerb von Ibrosity und dem Stifterbeband. Vielen Dank und ich hoffe, wir sehen uns im Herbst. Vielen Dank.